Hallo und herzlich willkommen zurück. Valve möchte in Zukunft auf Steam alles erlauben. Ursprünglich war die Auswahl der Spiele auf der Plattform handverlesen und geprüft, später gab es dann mit dem Steam Greenlight-Verfahren ein Community-Voting und letzten Endes war es einfach eine Gebühr, die Entwickler zahlen mussten, wenn sie ihre Spiele auf der Plattform verkaufen wollen. Dass es aber doch noch eine gewisse Kontrolle gab, beweist die Kontroverse um die Visual Novels als auch um das Amok-Laufspiel Active Shooter in den letzten Wochen. Allerdings will der Betreiber wohl auch diese letzten Kontrollen fahren lassen. Auf dem Steam-Blog heißt es ganz offiziell, Valve möchten nicht diejenigen sein, die das entscheiden. Wir haben entschieden, dass es das richtige ist, alles im Steam-Store zu erlauben, es sei denn, wir entscheiden, dass es illegal ist oder reines Trolling. Ausführliche Informationen dazu findet ihr auf GameStar.de und den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Avalanche will wohl noch heute im Laufe des Tages ein neues Spiel vorstellen. Chef und Gründer des Studios Christopher Sandberg twitterte gestern ein Bild, auf dem sieht man die Spielszene eines bisher unbekannten Ego-Shooters. Dazu gibt's die Hashtags NewIP und 24Hours. Die 24 Stunden laufen heute Nachmittag gegen 16 Uhr ab, sobald wir da neue Informationen haben, findet ihr sie selbstverständlich auf GameStar.de. Avalanche ist derzeit ziemlich fleißig, denn sie arbeiten im Moment mit id Software gemeinsam auch an Rage 2. Microsoft will den Release von Crackdown 3 wohl ein weiteres Mal verschieben. Jetzt soll das Xbox-Exklusiv-Spiel doch erst 2019 erscheinen. Das sagt jedenfalls Kotaku-Redaktor Jason Schreier, der möchte diese Informationen aus zwei internen Quellen haben, die beide Einblick in den Release-Plan des Spiels haben. Auch Polygon.com bestätigt diese Informationen aus einer eigenen Quelle. Sollte sich das bestätigen, wäre das bereits die dritte große Verschiebung, denn ursprünglich sollte Crackdown 3 2016 dann November 2017 und schließlich Frühjahr 2018 erscheinen. Auf der E3 2017 enttäuschten sowohl Trailer als auch die spielbare Singleplayer-Demo-Fans und Kritiker grafisch wie spielerisch. Damit entfällt das letzte große Exklusiv-Spiel für die Xbox dieses Jahr. Sollte sich da noch irgendwas tun, erfahren wir das auf jeden Fall in der Pressekonferenz am Montag. Die wir selbstverständlich auch in unserer großen E3-Woche begleiten. Die beginnt bereits am Samstag um 16 Uhr und wir berichten jede Nacht, die ganze Nacht für euch von der E3. Das war's für heute mit den News, wir sehen uns morgen wieder, bis dahin viel Spaß und guten Lut.